Boah, ist aber ganz schön dreckig hier, ne? Hier will ich aber nicht mit meinen neuen Stünen rumlaufen. Boah, das kann ich so verstehen. Ihr Frauen habt es so schwer. Weißt du, lauf einfach über mich. Sicher? Ja. Okay. Lauf rüber. Ja. Erzähl mal das über dich. Ja, mein kleiner C ist abgestorben und das belastet mich. Ich weiß, du bist ein Mann, der richtig stark ist. Du kannst ruhig deine Füße zulassen. Mann! Das ist der richtige Mann. Aber das ist doch auch mal okay, wenn Jungs Gefühle zeigen und auch mal ein bisschen weinen. Alles gut, oder? Oder willst du ein Mann? Oder darf man auch mal weinen als Junge? Oder so sitzen. Ist das okay? Ne, das ist zu viel. Ich finde, ich habe auch mal süß und schnuckelig. Das ist zu viel. Oh Gott. Kannst du das für mich aufmachen? Ist dann okay. Bitte. Bitte? Period, girl. Period. Finde ich richtig gut, dass du das jetzt gemacht hast, weil du bist halt so eine starke, unabhängige Frau. Du brauchst keinen Mann. Du brauchst keinen Mann. Du kriegst das alles allein hin. Das ist so bewundernswert. Ja, ich muss das auch gehen.